Liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, heute geht es um die frühe Portraitfotografie oder überhaupt um Fotografie in Pforzheim. Erste Verfahren hatten Franzosen in den 1820er Jahren entwickelt, so 1826, Josef Nieps, seltsam geschrieben, der die Heliografie erfunden hat und der im Jahr 1826 das älteste bekannt und erhaltene Foto von einem Dach eines Gutshauses in Lecra gemacht hat. Noch recht unscharf, aber erkennbar. Dann kam die Daguerretypie, benannt nach Monsieur Daguerre 1839 und da hat der französische Staat die Rechte abgekauft und ab da konnten alle möglichen Franzosen als Daguerretypisten durch die Länder ziehen und so kamen sie auch nach Pforzheim und haben von den oberen 10.000, die damals vielleicht gerade mal die oberen 500 waren, in den Fabrikantenfamilien vor allen Dingen Fotos hergestellt. Zeitgleich gab es auch noch immer die Portraitzeichner und Maler, die von Ort zu Ort zogen und in den Gaststätten sich niederließen, manchmal auch zu Messen vor Weihnachten und dort ihre Dienste anboten. Gegen Bezahlung natürlich. So habe ich selbst auch Handzeichnungen von Heinrich Wankel und seiner Frau aus den 1840er Jahren zu einem Zeitpunkt, als sie gerade die Verlobung und dann die Hochzeit hatten. Heinrich Wankel war der Großvater des Motorerfinders Otto Wankel. Und auch in anderen Familien habe ich schon Handzeichnungen aus den 1830er, 40er Jahren gesehen. Ab 1859 circa hatte ein weiterer Franzose die Idee gehabt, kleinere Fotografien als die Daguerretypie zu erzeugen und zwar im sogenannten Carte de Visite Format, was wir uns auch hier sehen. Das ist so ein Format zwischen fünf auf neun Zentimeter, also wie eine Visitenkarte. Und der Erfinder hieß André Disderie. Und das war sehr erfolgreich, so dass ab den 1860er Jahren, weil man nun billiger, auf Karton eben aufgezogen und auf Papierabzügen Portraits herstellen konnte. Und dann begannen eben auch gerade Franzosen in Pforzheim sich niederzulassen als Fotografen in dieser sich rasch entwickelnden Schmuckstadt. Und später kamen auch Deutsche hinzu, also spätestens seit den 1870er Jahren. Und hier haben wir einen der bekanntesten Fotografen in Pforzheim aus der damaligen Zeit. Und zwar den Fotografen Albert Schmidt, der einem Monsieur du Cru nachfolgte. Und der nicht nur in Wildbad eine Filiale hatte, sondern dann auch noch in Heidelberg und in Pforzheim ein eigenes Gebäude errichtete in der Enzstraße. Ich zeige es Ihnen mal hier auf der Rückseite. Sie haben es vorhin schon die ganze Zeit gesehen, also heute Jörg-Rat-Gibs-Straße. Und in dem im hinteren Teil ein Studio zu sehen ist, wie ein späteres Filmstudio 1900, mit vielen großen Glasflächen, wie ein Gewächshaus. Die Dunkelkammer allerdings, die wird dann direkt im Hauptgebäude gewesen sein. Das Ganze war in einen Park gesetzt. So sieht es hier aus. Und auch in Ansbach hatte man noch eine Filiale. Und er nannte sich Fotograf. Ja, er war sogar eine Zeit lang dann, weil er in Wildbad auch eine Filiale hatte, königlich-württembergischer Hoffotograf. Und fotografierte dann badische Bürger die Pforzheimer nämlich. Ein anderer Vertreter in Pforzheim war in den 1880er Jahren der Betreiber der Fotografischen Anstalt W. Graf. Hier sieht man, dass er in Mannheim 1880 und in Wien 1881 preisgekrönt wurde. Einmal in der Internationalen Fotografischen Ausstellung, einmal in der Gewerblichen Ausstellung. Und was er alles anbot, nämlich Porträts, Landschaften, Architekturen und Industriegegenstände zu fotografieren. Schauen wir mal, was wir auf der Vorderseite haben. Hier ein Kind mit einer Gießkanne. Na, dass man da nicht besonders glücklich schaut, das ist mir nicht unverständlich. Und das andere Bild zeigt eine Dame, es ist inzwischen recht verblasst, die an einen Tisch gesetzt wurde. Und das Ganze wurde hinten mit einem Vorhang drapiert. Und sie hat ein Buch in der Hand, ganz typisch auch für diese Zeiten. Ein zweites Buch liegt auf dem Tisch, vielleicht sogar das Haushaltsbuch. Denn viele Frauen haben natürlich die häusliche Wirtschaft und auch die Geldwirtschaft geführt. Dann gab es andere Fotografen, das Bild haben Sie schon mal gesehen, diese drei witzigen Herren hier. Karl Fleury, der solche Kabinettfotos, das war die größere Größe, hergestellt hat. Und bei dem so ab den 1890er Jahren bis so ungefähr 1910 oder auch 1905 die Pforzheimer Rotwolle sich fotografieren ließ in der östlichen Karl-Friede-Straße 65. Das war in der Nähe des Schulbergs. Ja, und dann gab es zum Beispiel auch die riegersche Buchhandlung, die mit dem Pforzheimer Fotografen Ferdinand Hamberger einen eigenen Deal gemacht hatte. Und solche Carte de Visite-Karten, stimmt nicht, Kabinettkarten, also Format so ungefähr 10 auf 15 cm von Pforzheim herstellen ließ in Serie, wie hier die Schlosskirche. Dann ein Bild, was ich schon mal gezeigt habe, hier 1891, die untere Au, Gerberviertel und so weiter, in der Nähe der Auerbrücke. Dann die katholische Kirche, die Franziskuskirche, hier noch fast im freien Raum, kurz nachdem sie gebaut war, um 1890. Oder auch das ebenfalls 1890 aufgestellte Denkmal für Kaiser Wilhelm I. am oberen Teil der Bahnhofstraße, dass er hier hinter sehr aufwändigen Zäunen und wilden Pflanzen aufgestellt war für den ersten deutschen Kaiser der Wilhelminischen Epoche. Das war eine Figur, wie sie in mehreren Städten stand und deshalb wurde sie auch schon 1918 im Ersten Weltkrieg für Kanonen eingeschmolzen. dass wir uns ab und so weiterわかlen, dass wir uns ab und so weiter sein wollen wollen. Wir sehen uns ab und so weiter, wenn uns ab und so weiter, wird das ihr euch verbunden. Untertitelung des ZDF, 2020